Hallo, willkommen zurück bei Assassin's Creed 2! Wir gucken mal, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ähm, doch, Leonardo? Hm. Da wollte ich hoch. Ich glaube, da komme ich gar nicht hoch. Oder? Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil... ...dass ich schon Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen habe. Aber da Lord of the Fallen sich in zwei Wochen den Ende geneigt, zu diesem Zeitpunkt. Also wir haben heute den fünften. Hm. Wenn wir jetzt aufnehmen. Verdammt. Au. Das hat weh. Ähm. Ich wundere, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Wir kamen gerade aus, äh, seit letzter Woche sind wir aus London wieder da. Und, äh, da hat mich das ein bisschen hart erwischt. Deswegen, ich wundere mich ein bisschen. Äh, hä. Wäusper. Die Steuerung ist ein bisschen ungewohnt, vor allem wenn du vorher, äh, Elden Ring durchgeballert hast, weil du keinen... Ich habe meinen Speicherspann. Äh, ich habe meinen Speicherstand gelöscht, tatsächlich. Komm ich da nicht hoch, weil wegen... ...Springen? Weil wegen Springen. Okay, hier komme ich nicht hoch. Komm ich da hinten hin, wegen der Kodex-Seite, oder ist das eher so... Nee, ist nicht. Nicht. Und da ich das hier nochmal in der neuen, schöneren Quali aufnehmen wollte. Deswegen wird das hier wahrscheinlich nach Lord of the Fallen nämlich kommen. Und nach Horizon kommt dann, äh, wie ich gesagt habe, der andere Tomb Raider Teil. Aber wir sind mit Horizon noch nicht ganz fertig. Ich weiß noch nicht, wann ich das DLC dann zu... Nein, da lässt er mich nicht ein. Ähm, wann das DLC zu... ...zu Dings kommt. Auch. Zu... ...Pelden Ring. Das kommt eigentlich auch noch. Ja, wir haben ja das normale Spiel, haben wir ja angefangen. Ich würde schon gerne das DLC mitzeigen, wenn's geht. Ich darf da echt nicht hin. Hm. Ich darf da nicht hin. Nein, ich darf da nicht hin. Nein, ja, zu sich. Ich habe mir irgendwo noch einen. Ja, da. Direkt bei Leonardo. Wir haben auch ein paar Florinen. Verzeih mir. Was haben wir denn hier? Beutel. Nämlich. Achso, ich wollte ja... So, Kleider färben. Wir haben ja gesagt, wir wechseln mir die Klamotten. Ich hör mir mal das Bein rot. Ich glaube, wir haben hier im Angebot. Mach euch nicht wahr. So, gehen wir mal gucken. Ähm. Wie konnte ich mich heilen? Ich hab keine Ahnung. Reparieren. Einmal alles reparieren. Rüstung. Ich hab jetzt mal einen Metallhandschuh geholt. Nochmal ein paar mehr Wurfwürfe. Und Rauchwurm. Äh, ja. Ich hab tatsächlich gerade unsere ganze Scale ausgegeben. Ähm. Nee. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich hier... Das ist nicht. Ihr werdet bald schiefen. Ihr werdet bald schiefen. Geh... Was ist los? Alter! Wie habe ich den jetzt anvisiert? Alter! Oh Gott! Hm, schade. Das ist das Schlimme, wenn man den ganzen Tag sagen kann, dass es eine Skrids und dann Elendrin gespielt hat. Die Kontroll... Kontrollersteuerung ist eine Katastrophe dann. Ah! Sehr gut! Wir haben's! Jetzt gehen wir mal zu Leonardo gucken. Ähm, das war... Das war... Leonardo! Da ist Leonardo. Hier hast du Kloake draus. Gehen wir mal zu Leonardo. Ja. Ja. Tut mir leid, Herr. Ja. Leonardo! Ezio, es ist gut dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha! Du hast noch eine gefunden! Wie aufregend! Uh, schwierig. Ein numerischer Austausch und eine Lautverschiebung. Einen Moment. Das war's. So, jetzt gehen wir aber zur Quest. Jetzt gehen wir einmal zur Quest. Ich bin mal gespannt im... Was ist das falsche? Im November kommt ja Assassin's Creed Shadow raus. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das ist. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Wir werden das auf jeden Fall auch spielen. Ich bin mal gespannt. Wir werden 80% der Zeit die Frau spielen. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen. Ich glaube, der Aufstieg oder Fall ist Assassin's Creed von einem Typen. Das kannst du dir nicht angucken. Der hat nur was zu kacken. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich brauche eure Hilfe. Hey, ich kenne euch. Wir müssen gehen. Nein! Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Vabene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Jeder von euch wird doch alle anderen sterben. Ich könnte für deinen Vater sein. Alter, wie viele. Was machen wir mal? Komm. Da ist unsere Verbündete tot. Gut. Fuck. Da ist unsere Verbündete tot. Sehr gut. Schüttendrecke. Da ist er! Auf ihn! Ja, ich würde gerne die Steckbriefer hier abreißen. Ja, ich würde gerne die Steckbriefer hier abreißen. Danke. Scheiße! Yo! Verfluchte Bogenschätze! Ich bin da überlegen, ob ich nur noch Streams mit, äh, nicht Streams, sondern Let's Place ohne Cam mache. ohne mein Gesicht zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich glaube, dann hätte ich das von Anfang an durchziehen müssen, dass man mich halt nicht sieht. Ähm. Ich hätte, glaube ich, von Anfang an durchziehen müssen. Ach. Genau. Oder so Streams noch, wo man nur die Hälfte, weißt du, die Hälfte meines Gesichtes sehen, so mit Maske und so. Schnell, sie kommen näher! Ja, ich weiß nicht. Okay, den Dicken haben wir zum Glück als erstes. Wir müssen auch mal wieder... Wir müssen auch mal wieder so ein richtig schönes, altmodisches, äh, Horrorspiel spielen. Finde ich. Wir haben lange kein Horrorspiel mehr auf dem Kanal gestreamt. Hm. Luscious kann man nicht so als Horrorspiel. Aber ich hab Horror-Demos noch von Chillers Art. Muss ich nochmal streamen. Was? Ja, ich hab euch doch gar kein Geld gegeben. Ich hab' den Namen nicht verstanden. Rosa. Und lyeint. Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Oder seid ihr blind? Entschuldigung. Da vorne, wir sind fast da. Boah, ein Pfeil in die Kniescheibe kriegen ist aber auch nicht so geil von oben. Geht, ich übernehme die Wachen. Da, du wirst nicht entkommen. Tötet sie, Ezio, schnell! Ach cool. Jetzt bin ich im Wasser. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Nein! Ich bin dabei. Ich bin dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 was ist denn jetzt? war unter mir ok hee oh fuck it nein nein oh Gott ey jetzt muss ich das scheiß nochmal machen einfach nur weil ich zu weit weg bin oh wir sehen uns gleich wenn ich es fertig habe so jetzt sind wir an der gleichen Stelle nochmal gerade eben immer gespannt wo sind sie denn? da vorne ja ok ich muss mal warten also das ist schrecklich das ist... da vorne da vorne ja ne p da vorne Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, cool. Oh. Ähm. Hey, hey. Aufwachen. Hey, die muss ein ganzes Mal hin. Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Die muss ganz schön viel Blut verloren haben. So, wir kommen zurück. Mir ist gerade das Spiel abgeschmiert. Ich hoffe, er spielt mir jetzt nicht noch ein zweites Mal ab. Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Ist er nicht noch mal abgeschürztes Spiel? Danke. Genau, ab der Stelle ist es gerade abgeschmiert. Da sind wir. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Hab Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Das ist erlaubt. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen. Sofort. Wie du willst. Sag nichts. Oh. Oh. Tut mir leid, Piccola. Piccola, schiebt dir dein Mitleid in den Hintern. Geh, hol Bianca. Mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt. Oh, Caputana. Benfato. Ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti. Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Gott, ist der Typ laut. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünschte dir Pest, du Bastard. Dir und deine dreckigen Hurra von Mutter. Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch... ...etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Ich hoffe, dann ist er weniger laut. Ich hoffe, dann ist der Typ weniger laut als vorher. Ja, jetzt ist er nicht mehr laut. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti. Un Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier. Kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht. Habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Mit welches Cappuccino? Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein. Wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Mäh. Da. Das war gerade meine Katze. Ich musste die einmal aus meinem Zimmer jagen. Ich muss nächste Woche mal... Ich muss definitiv nächste Woche mal meine Fingerlänge neu machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Bye.